Ich hab mich immer gefragt, ob man noch Fortsgeräusche mit der Axt machen kann, wenn man tot ist. Verdammt mir gern, was willst du von mir? Mann, Maibach, jetzt mach dich mal ein bisschen locker, Mann. Du kannst nicht mal jetzt ernst sein, oder? Ich bin ernst, okay? Ich bin toternst. Du hast dich davon gemacht. Du bist einfach gestorben. Ich sag dir mal was. Aber weißt du, was die Hilfe abgefahren ist, Zeug? Komm mal. Oh nee, du Sau. Du hast mir voll auf die Schulter gerotzt. Du bist so eine Sau, ey. Boah, Arschlo. Na, geht doch. Was soll ich jetzt tun? Jetzt wisch dir das mal sauer aus dem Gesicht. Und rassier dich. Jetzt kratz beim Küssen. Ja. 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 Ja.